Linguistik in 60 Sekunden, der illokutionäre Sprechakt Der illokutionäre Sprechakt nach John Saul bezeichnet den Handlungswert einer Äußerung, die unter anderem als Mitteilung, Warnung oder Empfehlung realisiert sein kann. Man unterscheidet die primäre und sekundäre Illokution. Dabei bezeichnet die sekundäre Illokution das direkt Geäußerte. So beinhaltet Satz 1 die Frage, ob es dem Hörer möglich ist, dem Sprecher Wasser zu reichen. Die primäre Illokution beinhaltet die Handlungsabsicht einer Äußerung und kann von dem wörtlichen Inhalt der Äußerung abweichen. In Satz 1 beinhaltet diese die Mitteilung, ich bin der Beste. Die Illokution wird dem Hörer durch unterschiedliche in verschiedenen Dekodierungstheorien definierte Indikatoren signalisiert. Der Idiomtheorie zufolge sind bestimmte Äußerungen lediglich semantische Äquivalente konkreter Ausführungen. Könntest du mal bitte ist somit ein Äquivalent zur Aufforderung, ich bitte dich. Bei der Inferenztheorie funktioniert die Erschließung der Illokution auf Basis des gemeinsamen Wissens von Hörer und Sprecher. So ist in Satz 2 allen Beteiligten klar, dass der Rezipient in der Lage ist, das Fenster zu öffnen. Der Zweck der Äußerung muss also die Bitte sein, das Fenster zu öffnen.